Guten Morgen meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Guten Morgen ist eigentlich nicht mehr, es ist schon 11.30 Uhr, fast. Wir sind alle im Auto, also wirklich alle, alle, alle. Heute ist Samstag und wir sind auf dem Weg zum Fotografen, den Fotografen, den ihr letztes Mal schon gesehen habt bei uns im Video. Der fotografiert nämlich von uns heute ein Christmas-Foto, also wir haben ein Christmas-Fotoshooting, also wir machen ein paar Weihnachtsbilder und das haben wir eigentlich noch nie gemacht, also wir haben ja mal zu Hause Weihnachtsbilder gemacht. Diesmal machen wir das halt im Fotostudio. Ja, die, Lisa schläft, der Philipp nicht, hinten, glaube ich, schläft die Lara? Ja. Ja, die Lara schläft, die Michelle ist hinten und Papa und Patrick sind natürlich vorne. Unser Tank leuchtet, leuchtet mehr als, was soll ich sagen, also, mehr als ich sollte, ein bisschen wie das sieht, aber da steht Reichweite, Strich, 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 Kilometer. Also, hoffentlich mal, dass wir es schaffen. Ja, das geht's ja noch aus. Geht's ja aus? Okay. So, hoffe ich nächstes Mal. Und was, tanken wir jetzt danach oder davor? Na, tanken wir danach, wenn wir beim Auto ran sind. Okay, ja. Vielleicht, wir werden schon gespannt. Ich hoffe, die Kinder sind gut drauf. Das ist immer so, dass man so ein Fotoshooting macht mit allen Kindern. Die Großen machen da eigentlich eh gut mit, aber die Kleinen, das ist immer halt so eine Überraschung, ne? Hallo, meine Lieben, auch von mir. Wir sind schon angekommen. Die ganze Familie ist schon in der Umkleidekabine da hinten. In der Umkleidekabine? Wir warten noch mehr auf die. Ach so, ihr seid schon rumgezogen, dann komme ich auch rein. So. Oh, ist das schön. Oh, das war klar. Big family. Kann man da gleich bleiben, bis zu Weihnachten? Hocken, also setzt sich einfach nicht einfach. Ja, viel Sets. Sollen wir mal zuerst nur von den Kindern machen? Ja. Ja, wir haben Hocken für ein oder zwei von den Arschen. Ja, danke. Schauen Sie mal alle zum Kleinen, die Mutter, ja? Schauen Sie mal den Füchern an. Schauen Sie mal den Lager, wir sind ja schon mal den Füchern an. Ich bin ein bisschen aufgemacht. Wie schön der Lager. Wir setzen Sie mal den Füchern an. Wenn ich sage jetzt, dann dürft ihr mich alle einfach mal abschießen, ja? Und jetzt. Sehr gut. Brücken auch mal. Du darfst auch schießen. Du darfst mich abschießen. Wie sie? Eins, zwei, alle auf dem Protokoll. Genau. Sehr gut. Wie ist es? Jetzt will ich alle schießen. Ich sage jetzt mal einfach drauf. Und jetzt. Sehr gut. Und jetzt geht's mir n Roll. Untertitelung. BR 2018 So, meine Lieben, eine kurze Pause. Wir haben keinen Sprit mehr. Und die Tankstelle hier kenne ich, weil wir da in der Nähe gewohnt haben vor ca. 12 Jahren, glaube ich, oder so was. Und die Tankstelle hier ist mir in Erinnerung geblieben. Deswegen sind wir noch da gekommen. Der Party war noch ganz, ganz klein. Und damals haben wir ein Fiat Punto gehabt. Und wir sind hier in der Tankstelle gekommen, um das Auto zu putzen. Ja, mein Gott, das sind so viele Jahre her. Das ist unglaublich. Ja, mein Gott. So, meine Lieben, wir waren jetzt noch schnell zu Hause. Ich habe mich umgezogen. Also, ich habe mir einen anderen Pullover angezogen. Weil der war ja vorne auch für so eine Weste angehabt. Und jetzt sind wir auf jeden Fall noch schon... Lebensmittel einkaufen. Papa-Syndrom. Hier beim Hofe sind wir. Ich habe es gleich. Wir gehen auf jeden Fall jetzt ganz schnell einkaufen. Huschi husch und dann nach Hause. Ja, wir haben beide so starke Kopfschmerzen. Deswegen habe ich gar keinen Bock jetzt lange herumzutun da. Ja, deswegen... Nüft. Musik 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 auch ein bisschen was. Willst du den Knochen? Ich brauche ein Messer. Darfst du dir wirklich jetzt Knochen geben? Jetzt um die Uhrzeit? Sophie, ich tricke mit dir. Was haben die Hunde hier im Minko? Die Lucy macht schon Sitz, schau. Die Lucy macht Sitz. Bela Sitz, alle Sitz. Sitz. Nur wer brav sitzt, kriegt irgendwas. Irgendwas? Ja, Bemi Sitz, oder wie du heißt. Komm. Wie du heißt. Du mit den schwarzen Schnabel. Sitz. Sitz du, genau du. Warte mal, du Sitz auch. Komm. Ja, du Bemi Sitz. Warte kurz, du musst es zählen. Zwei, vier, fünf, also. Also, richtig, genau richtig, ne? Alle sitzen bleiben. Sonst gibt's nichts von die Kolosse. Wo bist du denn? Sitz, Sitz, alle Sitz, Sitz. Im Kreis hier, ich will sehen, alle meine Schätze hier. Sitz, Sitz, Emi Sitz, Emi Sitz. Emi Sitz, Emi Sitz. Emi Sitz. Emi Sitz. Emi Sitz, Emi Sitz. Emi Sitz, Emi Sitz, Emi Sitz, bei ihrer Nacken, wenn sie nicht sitzen. Emi Sitz, 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 Emi Sitz. Sitz! Sitz! Bevor ich... Oh, die Welten sitzen wir schon! Wie viele haben wir denn da? Warte mal. Zwei... Mein Gott, wie das riecht! Oh, lecker! Sitz! Du baust so unnötig... Sitz! Disziplin ist alles im Leben. So, zuerst, als Erste kriegt die... Die Lucy. Die war nicht... Die Lucy. Wer kriegt als Nächste? Die Sophie, die Rothallige. Ja, da ist die Mama Goldi mit viel, viel Fleisch. Und jetzt ist wer? Mein kleines Sitz. So, mit viel Fleisch auch. Pass auf, die Großen kochen und knabbern alles. So, jetzt ein kleines Stück Fleisch. Und das führst. Sehr gut, sehr gut. Ihr wird fröhlich, geht knabbern. Schaut mal, jeder ganz fokussiert für sich selbst. Sie schau, bitte. Ja, ich geh schon vorbei. Ja, das wird Ihre Spompa-Nadel. Und ich bin nie даже... Ich bin jemր großartig. Es kann mich jetzt nicht ein supermarket. Und hier ist viel dabei. dann見 mental auch scored. Und ich bin dong gez prediction, Und ich bin jemalsnötig und dann… Es geht schon rein. In Berlin darum geht es…